Ja, heute ist wieder Livestream-Tag und ab 16 Uhr könnt ihr bei hitbox.tv einschalten und mit mir gemeinsam eine Runde Project Zombert sehen. Project Zombert ist ein kleines Indie-Survival-Game und wie ich finde eigentlich mit der besten, die jemals entwickelt worden sind. Und mit dabei ist voraussichtlich auch ein Gast namens Zacktoni, den kennen ja einige noch von euch. Und wenn er es schafft zeitlich, dann ist er mit die zwei Stunden dabei bis 18 Uhr, denn ab 18 Uhr steigt danach sofort die Nerdstar-Live-Show, wo ich euch dann bitte einfach mal hinzugehen. Ja, ich freue mich ab 16 Uhr, ich bin gespannt wer kommt und wir sehen uns dann ab 16 Uhr auf hitbox.tv. Die Links findet ihr übrigens in der Videobeschreibung und unten nochmal in den Kommentaren verlinkt. Bis dahin, ich freue mich.